3, 2, 1, go! Hallo, ich bin der Hauser Solo. Das ist mein Daily Vlog. Viel Spaß mit meinem neuen Video. Hallo, da bin ich wieder. Ich hatte ja letzte Woche schon ein Video gemacht, wo ich scharfe Nudeln gegessen habe. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, ich verlinke es oben rechts und in der Beschreibung. Vielleicht guckt ihr das vorher nochmal. Ich hatte bei dem Video ein bisschen übertrieben. Also die waren scharf, die Nudeln. Aber das erwarte ich ja auch, wenn ich irgendwas scharfes bestelle. Die waren jetzt nicht übertrieben scharf. Man konnte das schon essen. Aber ich glaube, ich bin da, meine Toleranz, meine Schärfetoleranz ist, wie sagt man da, entweder niedriger oder höher als bei anderen. Also ich glaube, ich kann vertragsscharf irgendwie. Also ich habe das dadurch herausgefunden, dass ich koche auf Arbeit manchmal für Kollegen und mache da ganz Schärfe dran. Also ich benutze scharfes Öl oder Chilis oder so. Und während ich das ganz normal essen kann, gibt es Kollegen, die dabei wirklich anfangen zu schwitzen und so. Also vielleicht bin ich da einfach schärfetoleranter oder so. Aber ich will es wirklich austesten. Also ich will es jetzt wirklich wissen. Deswegen habe ich mir noch die Volcano Chicken Nudeln. Die sollen noch schärfer sein als die letzten. Und die werde ich jetzt mal testen. Genau, die werde ich mir jetzt mal machen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Also es sieht jetzt auch nicht sehr viel leckerer aus als die anderen. Sie riechen tatsächlich schärfer. Keine Frage. Und was ich auch vergessen habe zu erwähnen, auch wenn es geschmacklich nicht so wirklich super scharf ist, muss man aufpassen, wenn man die Soße irgendwie an die Finger bekommt, muss man auf dem Toilettengang etwas Acht geben. Nur mal so als Hinweis. So, probieren wir mal die Volcanoes. Chicken Dingsbums. Oha. Also die sind... Oh. Oha. Die sind tatsächlich schärfer. Und sogar auch geschmacklich besser als die anderen. Aber sie sind schärfer. Vor allem sind sie schärfer. Merkt man gleich. Vielleicht hätte ich mir da jetzt wirklich zu... So ein Spiegelei oder so dazu machen sollen. Mhm. Mhm. Sehr viel schärfer. Die anderen waren scharf, aber... Jetzt nicht... Also... Wenn man scharf bestellt, dann erwartet man ja was Scharfes. Ich erwarte ja auch nicht, wenn ich süße Popcorn bestelle, salzige Popcorn. Oder andersrum. Und... Wenn ich scharf bestelle, erwarte ich ja, dass da was scharf dran ist. Aber die sind tatsächlich auch gar nicht schlecht. Die schmecken deutlich besser als die anderen. Also wenn ihr das auch mal, nehmt gleich die Volcanoes. Die anderen, wenn sie nicht so geschmacklich ekelhaft wären, würde ich mir auch mal einfach so zum Abendessen machen. Puh, die würde ich mir jetzt glaube ich nicht einfach so zwischendurch mal zum Abendessen machen, aber also man kann es essen, also, das hat es gespritzt. Also man kann es essen, wenn man denn scharf mag. Also ansonsten würde ich davon abraten, tatsächlich. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, wie am Anfang erwähnt, ist meine Schmerztoleranz da etwas höher oder niedriger, wie sagt man denn, ich weiß nicht. Ich muss da jetzt nicht literweise Milch dazu trinken oder so. Ich komme damit schon klar. Ja, es ist scharf, ohne Frage. Ja, da wäre irgendeine Beilage wäre dazu nicht schlecht. Also vielleicht, also vielleicht kann man die machen mit einem Stück Fleisch dazu oder so. Oder tatsächlich Spiegelei. Ich könnte mir da ganz sehr gut ein Stück Braten oder so oder als Fleisch dazu vorstellen und ein Spiegelei tatsächlich. Da hat Hazel, nee, wie heißt sie, Pocket Hazel, gar nicht so unrecht. Das mit dem Spiegelei, das ist glaube ich eine gute Idee. Ja, das ist halt eine Schärfe, wo ich sage, ja, das möchte ich haben, wenn ich was Scharfes haben möchte. Okay, wahrscheinlich sogar fast ein Ticken zu stark, aber es ist, ich finde es ist essbar. Oh, jetzt habe ich mir mit der Zunge über die Lippe und das merkt man sofort. Ei, ei, ei. Oh, jetzt brennt die ganze Lippe. Seht ihr die Flammen, die ich werfe? Ja, langsam wird es scharf, so richtig scharf. Und hier, ja, oh, haha, ja es ist scharf, aber ich komme klar damit. Und hier ist diesmal mehr Soße als beim letzten Mal, die werde ich diesmal nicht leer schlürfen, leer trinken. Das ist, glaube ich, zu derb. Ja, da braucht, also irgendwas, ich werde ich mir auf jeden Fall wieder machen. Ich weiß nur noch nicht, ich brauche da eine Beilage für, so als richtiges Mahl. Ich könnte mir das auch irgendwie geil, es gibt ja Schnitzel mit Spaghetti. Das wäre auch sowas. So ein paniertes Schnitzel mit so einer scharfen Soße mit so Nudeln. Das wäre vielleicht, wäre vielleicht mal eine Idee. Oh, jetzt geht's ab. Brrrr. Ach, nicht immer die Lippen mit einbinden. Ah. Okay, das ist hart. Das mit den, das auf den Lippen ist... Also... Also... Also das krasseste Problem, das ich gerade habe, ist tatsächlich auf den Lippen. Ja, offensichtlich auch woanders, aber auf den Lippen... Oh. Auf den Lippen ist es schon ganz schön... Da muss man irgendwie... Auffassen. Ja. Ich habe aufgegessen. Jetzt ist tatsächlich nur die Soße übrig. Soll ich oder soll ich nicht? Ich traue mich nicht so richtig. Drei, zwei, eins, go. Die Soße schmeckt an sich gar nicht schlecht. Und die Schärfe kommt erst danach, nach dem Schluck. Ich glaube, was man auch machen könnte, ist, man kann sich ja nur die Soße nehmen und normale Nudeln dazu kochen. Weil die Nudeln schmecken, glaube ich, einfach auch nicht lecker. Ich habe hier immer noch ein bisschen... Jetzt habe ich hier überall... Ich wollte das morgen zur Arbeit anziehen. Also die Soße schmeckt echt nicht schlecht. Und der Schluck ist an sich erstmal auch gar nicht scharf. Aber dann kommt die Schärfe. Also passt mal auf. Wenn ihr eine Idee habt, was ich noch scharfes Essen könnte, schreibt es mir mal in die Kommentare. Zähneputzen nicht vergessen, Nase putzen nicht vergessen, Hände waschen. Bleibt gesund und denkt dran, es kommt immer anders, wenn man denkt. Ich wünsche euch was. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020